Hallo, herzlich willkommen bei meinem Channel. Ich wollte heute ein Spiel machen, wer würde er? Und ich mache das mit meiner Freundin. Und wir haben solche Zettel, da steht einmal Sophie drauf. Und einmal Anna. Und wir werden immer Karten ziehen. Und da würde ja zum Beispiel draufstehen, wer würde er... Wer würde eher Pommes, Fritz, Gans essen, dann hätten wir jetzt beide oder nur einen? Wir können nur einen machen. Wir können auch beide machen. Nein. Okay, jetzt geht's los. Ich ziehe jetzt erst. Ich mache da. Wer würde eher Jungs-Klamotten anziehen? Ja, ich. Man kann sich auch selber, was ich nur muss sagen. Okay, jetzt nur. Wer würde eher Autofahren? Auf jeden Fall. Wie, hä? Ich werde doch nicht Autofahren. Ich probiere aber jetzt nicht. Wer würde eher 1.000 Euro an einen Tag ausgeben? Wer würde eher jetzt in den Pool springen? Auf jeden Fall, Anna. Das ist einfach so klar, weil ich würde mich das nicht trauen. Ich traue auch. Okay, eigentlich hast du dich immer getraut. Ich traue auch. Das ist so geil. Wer würde eher mit einem Kuscheltier zu Dennis gehen, meinem Bruder, und sagen, ich habe Albträume? Ja. Wer würde eher in der Nase popeln? Sophie. Hast du dich selber? Okay, jetzt bist du. Oh, der letzte. Wer würde eher auf einen Baum springen? Sophie. Nee. Nein. Du. Nee. Nein. Okay. Das war's. Ja, und das war's auch schon. Ciao. Ciao. Ciao.